Die Truhe aus Minecraft war mir zu altmodisch und deswegen habe ich sie mit 3D-Software redesigned. Für die Referenz habe ich sie mir nochmal ingame angeschaut und dann Blender geöffnet. Als Grundlage habe ich einen Würfel benutzt und die oberen beiden Kanten abgerundet. Dann mit einem Mirror-Modifier vier Füße dran gemacht und den Deckel von der Kiste getrennt. Dann habe ich die Mitte von der Truhe gemacht, die ist ein bisschen weiter innen als der Rest. Dann noch eine Holz- und Metalltextur drauf und noch ein Schloss dran. Nach dem Rändern sah es so aus.